Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Feind Anders. Was ihr hier seht, ist ein wunderschönes Rack und darum geht es heute. Ja, bei den Racks, da kennt sich der Markus natürlich wieder am besten aus. Markus, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hier haben wir das Modularrack vom V8-Kontor. Modularrack aus dem Grund, weil man das individuell bestücken und erweitern kann. Hier ist also die Basisversion, das heißt, kurze Schiene, das Rack an sich, kein Halter für die LED-Wahr, sondern wirklich nur den reinen Bügel verbaut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rüber. Da haben wir ein paar mehr Anbauteile und dann noch mal zum Rebbel. Wir müssen heute ein bisschen laufen. Ja. Sieht ein bisschen anders aus, Markus. Vor allen Dingen ist ein bisschen höher. Nee. Ja, also hier haben wir einen oben umgebaut und der hat schon ein paar mehr Optionen, wie du siehst. Der hat jetzt die lange Schiene komplett. Das ist über die ganze Ladefläche. Darauf noch die Querträger. Was mache ich damit? Die Querträger könntest du jetzt von Thule zum Beispiel so eine Clips reinmachen, um dann Fahrräder zu verzonen oder ein Stand-Up-Paddel oder eine Leiter oder whatever. Ja. Und der Clues hält, die Ladefläche ist voll nutzbar. Wenn man jetzt irgendwie noch einen Retrax oder so abbaut, kann man die Ladefläche voll nutzen und über der Ladefläche auch alles. Und der hat jetzt hier oben ein Anbauteil für die LED-Wars und hat vorne zwei schmale LED-Wars übereinander verbaut. Mehr geht in dem Fall nicht. Könnt ihr jetzt nur noch in die Seiten was integrieren und nach hinten die Ladefläche anstrahlen. Dann haben wir hier dieses Gitter. Das ist ja ganz schön. Ja. Aber jetzt gucken wir uns mal noch an, wie man das gestalten kann individuell für jeden Kunden, um noch ein bisschen was Besonderes zu haben mit seinem Auto. Sehr schön. Da holen wir jetzt das Maximale raus. Sieht für mich wie das andere aus, Markus. Fast. Und hier haben wir jetzt was ganz individuelles. Das war eine Limited Edition. Also es gibt fünf Autos davon. Das ist nochmal vier von fünf. Und hier wurde das quasi ausgeplottert mit Rebellion. Autoköler 4 auf 5. Kann man aber genauso machen mit einem Firmenlogo oder einem Namen. Oder man sagt, ich möchte die Waben hier bitte alle in grün haben oder in blau oder in gelb. Das ist alles möglich. Man sieht es halt, wird dann individuell eingenietet. Und so kann man für jeden Kunden das individuell bestücken. Und hier wieder nochmal eine andere Variante. Die Lightbar ist einfach nur draufgeschraubt, ohne den Halter rundherum. Geht also auch. Und hier haben wir den Drehtrax drauf. Auch die lange Schiene, aber nicht diese Bügel, die wir eben gesehen haben. Das ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für die Frau, oder? Ja, warte. Ich glaube, die nimmt lieber den zwei Wochen Urlaub auf Mallorca anstatt den Drehtrax zu finanzieren für einen Mann. Aber wir gehen jetzt mal hinter. Da haben wir noch die einfachen Varianten, die auch nicht so teuer im Geldbeutel sind. Okay. Hier sind wir kurz in der Werkstatt vom Autohaus. Und hier haben wir ein Kundenfahrzeug. Ja. Richtig. Weil wir das im Moment nicht verbaut haben, das Modell, müssen wir uns mal das Kundenfahrzeug vornehmen. Hier haben wir ein Govaino Sport Bar 2.0. Die Besonderheit hier, dass der Kunde den kompletten Bügel lackiert haben wollte. Ein Glanzschwarz. Deswegen musste er komplett vorbehandelt werden und wurde dann beim Lackierer lackiert. Geht, ist aber auch sehr aufwendig und sehr teuer. Was wir jetzt hier machen können, hier oben, wird im Gegensatz zu, was wir eben gesehen haben, zu dem Modularrack, kann man einen Motor einbauen, der sozusagen die Leitbar elektrisch ausfahren ist. Die verschwindet komplett im Bügel und nur wenn er vorne Knopf betätigt, fährt sie elektronisch raus. Hier die Besonderheit, die verschwindet komplett hier hinter. Gibt es, wie gesagt, in Schwarz-Matt oder auch in Chrom. Und von dem Modell gibt es noch die abgespeckte Variante, der 3.0 und den gucken wir uns dann nächstes an. Markus, ist das jetzt die neueste Fassung von Go Rhino oder was? Die neueste sind nicht, aber die einfachste Fassung. Aha! Man sieht es ja. Er ist wirklich einfach gebaut. Kurze Schiene, kurzer Bügel. Hier kann man noch nichts verstecken von der Leitbar. Man sieht sie, wo die einfach drauf montiert. Das ist wirklich die einfachste und kostengünstigste Variante. Gibt es genau wie den anderen. Auch in Mattschwarz, so wie er hier montiert ist, oder halt in Chrom. Und jetzt kann der Dens uns mal kurz folgen. Jetzt gehen wir mal da rüber. Da sehen wir mal was, was mir gar nicht gefällt. Aber auch so eine Bügel gibt es natürlich. Nur nicht bei uns. Aber der CB-Funkmast… Aber der hat auf jeden Fall guten Empfang. Hier sehen wir mal wirklich was ganz, ganz einfaches. Einfach nur ein Chromistell und dann so ein paar schöne Lichter drauf montiert. Wie gesagt, bieten wir nicht an. Wollen die meisten Kunden auch nicht. Aber auch sowas gibt es für wenigen Geschmack. Ist halt was dabei. Ja Markus, dann danke. Was könnten wir uns denn das nächste Mal angucken an Zubehör noch? Eigentlich müssten wir mal eine Soundprobe machen. Der Unterschied zwischen Klappenanlage und Sportabgasanlage. Ob der Dennis Zitt auch richtig eingefangen kriegt. Der Dennis, der Dennis. Wir werden sehen. Auf jeden Fall solltet ihr uns abonnieren, damit ihr diesen tollen Test nicht verpasst. Also, bis dann. Ciao.